Ja, ich habe wieder Punkte für Pazifisten bekommen. Aufpassen, es ist bestimmt wieder so eine Region, wo gleich Zobbys wieder kommen. Ja, ehrlich, sonst wären es ja keine neuen. Aber die links von uns, die habe ich auch noch nicht im Schneegebiet, wenn wir gerade vorbeifliegen. Die haben wir auch noch nicht. Ja, ja, ich sage es immer. Ach ja, Halloween, ist schon lustig. Also es kommt auf jeden Fall mindestens ein Junge. Ach, ist schon wieder dunkel. Es ist nebelisch. Da müssen wir uns wahrscheinlich drum gewöhnen. Wir sind jetzt alle benebelt. Bei den Bäldern. Ja, genau so. Nein, 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 da habe ich markiert. Ja. Sonst hat auch ihre Markierung verfehlt. Ja, ich wollte nur schon mal eine Waffe haben, damit ich, falls wieder mich irgendwann verschreckt, gleich drauf schießen kann. Und also, wie hat es der Ronny so schön gesagt letztens? Na ja, ich markiere nur, damit wir wissen, wo wir hingehen. Ja, aber es markiert ja nicht jeder sein Schleckchen, damit dann alle anderen dort bleiben. Lucy, Lucy, stopp, stopp. Halt, stopp. Ich hole mal eins. Ich hole mal eins. Ich hole doch schon wieder rumgeschossen. In der Glühwürmchen. Bei mir nicht. Ist das so ein Scheiß-Freckiges? Ja, ich fühle mich gerade gut, weil ich mal wieder was abgeschossen habe. Aber echt, hey. Wir sind doch typisch passiert, meine Freunde. Ciao! Okay, seit wann das? Schüsse? Aus, keine 40, sowas? Ja, bei mir fliegt was. Da kommt, glaube ich, auf euch zu. Was mache ich denn mit dem goldenen Hämmer? Ja. Rony geben. Rony geben. Wir geben. Lucy, das kann jetzt brauche ich. Du bist doch nicht volljährig. Ey, das sind Lügen. Das sind Lügen, die hier an Pflicht kommen. Und da geschossen. Ja, da drücken wir eigentlich noch. Ich schieße. Aus der Richtung, wo der Frau Saskia ist. Aber ihr lauft schon wieder aus dem Kreis raus. Ich habe zum Beispiel Bunker. Lucy, ich bring dir was mit. Mist, ich glaube, ich habe gerade irgendwo meinen Hämmer fallen lassen. Das ist eine Scheiße. Wo ist denn Lucy? Ja. Ich komme. Hier sind zum Beispiel Glühbirnchen. Ja, ich habe schon sechs Stück, aber vielleicht nehme ich mir gleich noch mehr mit. So. Stopp. Ach, nur wenn du willst. Wenn ich dann nicht. Ja, ja, eigentlich schon. Nehmen wir die Schritte nicht mit. Oh, natürlich nehmen wir den Liga mit. Schwere Munition? Oder hast du die mitgenommen? Ja, schwere Munition. Jetzt weiß ich nicht, was ist. Jetzt tut's beim Rutschen die Waffen nicht anzeigen. Wissen für ein Müll. Ich habe einen bis an die Übe gekickt. Oh, ich bin da oben mal rauf. Wo ist da oben mal rauf? Markierung. Wie gehen wir da hin? Mhm. Toll, da kam ich her. Ja. Deine Frau ist eingelaufen. Weil da der Kreis ist. Äh, Roni, machst du deine Markierung mal weg? Wo sind meine Markierungen? Danke. Guck mal, da ist Klopapier. Da war ja auch ein Klo. Typisch deutsch. Ja, hier war auch schon jemand so eine Scheiße. Das war ich. Da habe ich doch gesagt, ich komme von dort. Alrighty, dann. Boah, jetzt haben wir kleine Tränke. So ein Mist hier, ey. Warte, ja. Ich brauche nur noch einen, wenn das okay ist. Ne, ne, kommst du trinken, alles gut. Aber, äh, ich bin ja halber voll. Ich kann den kleinen Tränken. Marco wird gejagt. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Lucy, runter. Komm. Ja. Ich habe, außer es sind zwei kleinen Tränke, noch nichts bei dir. Hier ist ein Tatspiel. Aufbauen. Au. Noch ein Göger. Ja. Und es ist blau. Bustoskiesstall auf. Egal. Ach, nee. Gibt es denn hier rein, die Verlückte wurden, ist mir auch egal. ich hab einen schlüssel mein gott ich hab einen großen drangeboden alle das ganze haus explodiert das ist ja cool hat jemand tränke oder so was dabei in die richtung drei große ja ne ich hab ganz viel blühwürmchen dabei auf bergstation hier sind noch kleine tränke ach mann ey gott könnt ihr mal wieder auf und schreien, Junge entschuldigung hier ist noch ein kleiner trank hier ist noch ein großer hier ist noch was in rosa ich will auch was rosa messen ich weiß es auch nicht auf was er geschossen wird auf hinter hin und auf halbtote menschen auf tot esser ja das noch nicht aber bald bestimmt irgendwann kommt das auf ja mann ja es hat endlich funktioniert mann was ist das nur ein haus einstellen müssen äh nein ich hab's hier hingestellt ok irgendwas hab ich im haus gesehen guck mal guck mal boah der macht sich nicht kaputt ey aber es waren ja allein heute schon wieder zwei vier sechs acht zehn zehn bunker dann hat's funktioniert aus osten schiebts ne nur dass er dran denkt ja mach mal nicht ok ich hab leider keine schnippe und nix ich hab nur mehr ach so ist das ich würde mal noch bunker mitnehmen die drohe ist gestiegen auf der gesellen ich würde fix mal einen hinstellen wollen und gucken ob ja kann man irgendein helfen ähm ich möchte jetzt gerade meine aussage nicht wiederholen die in meinem kopf war oh mann ey und die aussage wäre welche gewesen die scheißblöde Drecksau um also die Zombies gehen mir jetzt schon richtig auf den Pils ne oah ja bedrohung steigt ja der ist gerade den Berg runter gerutscht die hüben ist er da der ganze Berg ist voll ne da drüben ist ein ganzes Glück oh fuck wir haben irgendwie noch so ein Boss gefunden äh direkt neben uns ist auch noch einer ja noch ein Boss hm wo ist er hier unten drüben bei uns hier und der ja danke der hat mich jetzt fast übelst gekillt du bist ja auch mitten reingerahnen wenn du bissl auf Entfernung geblieben wärst dann ich hab keinen Schaden genommen ja ich hab da nicht geblieben ja Venture Sturmgewehr was ist das denn Schalke dämpfte Maschinenpistole des Tinti Quintors ja wir müssen los leider ja wir kommen raus ja wir kommen raus da hier ist die da hier ist ne goldene Hämmer ja Junge wie seid ihr denn da unten überhaupt rein gekommen weiß gar nicht wo der Zeit war so ganz ehrlich holy fuck holy fuck ja jetzt hab ich's auch gefunden huh wer hat da geschossen ach brutzeln kommen wir da wieder raus D2 fuck äh ich bin grad auf der Suche danach wo's hier raus geht hier geht's auf jeden Fall ich mich raus ah ja hinter euch sind Raten wow irgendwo von ach scheiße ja ich hab vor allem in den Kommentar gesagt ich hab keine Freiburgs das ist doch also einen hab ich hier schon noch zu lösen recht von euch links von uns es wird von überall hier geschossen und ich hab keine Ahnung von wo Roni Sniper mach schnell ach ne sorry ah doch da ist einer ich geh unter die Brücke haben wir geflogen lieber zur Daukstelle ja G終en Das sind alle grad clinchu ne Bottas nicht den mag das nicht ach An temas neben uns ist einer der ist oben aufm Dach kann ich das passen warum wie ist denn du naubcom Mach'n auf! Ja, ich hab' die Tür auf. Bitte? Hallo? Mach' die Tür auf! Ich hab' drei Medikids. Ja, brauch' ich mal kurz. Alter, die Suchbeende, die Hühnchen. Kommst du her? Ronny, 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 da. Evolutionsküste. Kommst du her? Bisschen Entdeckung? Ja, ich komme. Hier sind auch Fische. Ja, dann nehm' ich erst mal den. Hier, links von dir. Hier ist noch'n großer Trank. Schatz, ich brauche es nicht mehr, der Fisch hat mich komplett geheilt. Hier ist noch mal ne blaue DMR. Wo ist'n großer Trank? Ronny? Äh, Ronny? Hier ist entweder'n Medikid oder ich hab's auch jetzt. Goldenes Hammer hab' ich dabei. Ich hab'n lilanen. Na, komm' her. Hier ist großer Trank, Ronny. Großer Trank, warte, komm' her. Die Sniper hast du, oder? Ja, die hab' ich eingesammelt. Deswegen hab' ich meine Tränke liegen gelassen. Hier ist die blaue Cobra DMR. Na, dann nehm' ich die jetzt mit. Ich brauch' die nicht. Hier ist ja noch sechs Southpacks, Sassi. Äh, sechs Southpacks, zwei Southpacks. Ja, die Kahl hau' ich mir noch drüber. Hinter dir ist noch Munition. Hier ist, äh, Sniper. Oh, ja. Oh, oh, oh. Direkt bei uns. Da sind wir. Fertig? Braucht ihr was aus dem Bunger-Areal hier? Von hier irgendwas? Ja. Nö. Ähm, ne. Eigentlich nicht. Ich hatte vorhin überlegt, ob ich ein Fischchen hole für die, die kein Leben haben, aber ich hab' ja lauter anderes durchgefunden. Da war Fischchen unmütig. Schüsse seht ihr wo? Mhm. Gar ned. Doch, hat's mir grad angezeigt. Kommen wir hier in das Haus? Das ist aber, mhm. Mir ist sehr zentral, ne? Ja. Ja. Das heißt, wer sind... Ja, das ist das Einzige, was dort irgendwie... ...Schutz bietet. Da werden wir alle hinwollen. Ja, eben, genau. Erstens sind alle dort und dann sind bestimmt auch schon weggekackt. Naja, gut. Dann... ...brauche ich irgendwie in irgendeiner Form Munition. Irgendwo... Ne, ich könnte mal aufs Haus feuern. Ja, was brauchst du denn für Munition? Soll ich? Mittel... Große... Oh mein Gott. Schieß einfach mal drauf und sehen, ob was passiert. Schlaf mal kurz. Hä? Wer wird denn da wieder geholt? Was? Aus der Stadt. Jaja. Ja, da läuft auf links einer davon, aber... ...die bleiben leider nicht stehen. So. So. Kleiner auch? Nein. Ah, können wir nicht mal eine Sekunde stehen bleiben, die Arschkarte? Dankeschön. Hast du noch Schrot, die du nicht brauchst? So, also wir sehen, das Haus da drüben ist leer. Danke. Also drüben ist ein Team, ne? Ach, die brauchst du komplett nicht? Nö. Ich hab auch Scharfschützen Munition da hier. Hat noch jemand... Äh... Oh, okay, du hast auch eins. Hi. Warte. Ich hab da drüben das Gegner-Team grad markiert. Ihr wisst, dass es da drüben ist, okay? Ne. Ja. Gut. Sind nämlich nur noch die vier. Wenn wir drauf schießen, kriegen wir sie vielleicht sogar. Oh, dann können wir drüben sogar im Haus. Ja, wir gehen nach der kleinen Insel in die Stelle und bunken wir vorne hin. Wir kommen ins Haus und wir können in den Bunen, oder? Ja. Ich weiß, wie kannst du mal den Baum ummachen? Oder lose ich einer von euch mal den Baum ummachen? Welchen Baum? Achso, den, ne? Ja, den hakt man weg. Ja, eben deswegen. Links im Wasser. Hast du jetzt grad echt gedacht, du kleiner Ziffer, dass ich die bin? Noch einer, noch einer. Ja, ja, die sind alle rüber geschoben. Ich bin am Boden fast. So. Da ist einer im Wasser. So. Ja. Ich bin am Boden. Dann bin ich tot. Sehr hübsch. Richtung Baum. Hier drüben. Und ein Schuss. Sehr schön. Ja, Mann. Sehr schön. Krönchen verteidigt. Wow!